Sie sind hier, 26. Oktober 2018, 11.28 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jerry Tolbring verlängert bei den Rhein-Neckar Löwen, Urheberrecht, Getty Images, die Rhein-Neckar Löwen verlängern, den Vertrag von Jerry Tolbring. Der schwedische Linksaußen freut sich schon auf die Arbeit mit dem neuen Trainer. Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit dem schwedischen Handball-Nationalspieler Jerry Tolbring, 23, vorzeitig um drei Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der DHB-Pokalsieger am Freitag bekannt, mit Christian Andresson bekommen wir in der kommenden Saison einen Trainer, den ich bereits aus der Nationalmannschaft kenne und auch schätze. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft in allen Wettbewerben eine gute Rolle spielen, sagte der Linksaußen. Tolbring war zur Saison 2017 18. vom schwedischen Meister IFK Christian Statt zu den Löwen gewechselt. Andresson löst im Sommer in Mannheim Erfolgscoach Nikolaj Jacobsen ab, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017